Hallo und herzlich willkommen, hier eine neue Folge Blind Tech bei Checo. Mein Name ist Jessie und heute habe ich Post bekommen, genau genommen sogar, zwei, sieht man das? Und zwar habe ich einen White Cane I.O. bekommen, einen ziemlich genialen Langstock für Blinde und Sehbehinderte. Mehr dazu nach dem Intro. Dieser Langstock I.O. ist mega leicht, er ist super ergonomisch und besonders gut sichtbar bei Tag und bei Nacht. Innovative Funktionen machen ihn zu einem verlässlichen Begleiter. Ja, der White Cane I.O. ist ein super ergonomischer, extrem leichter Blindenlangstock, der sowohl bei Tag wie auch bei Nacht ein absolut zuverlässiger Begleiter ist und super gut sichtbar ist. Dieser weiße Langstock wird standardmäßig mit einer Rollspitze in der Variante Dur und Moll geliefert. Mehr dazu schauen wir uns dann nochmal an, was das eigentlich heißt Dur und Moll. Ja, dieser Langstock ist super leicht, denn er wurde aus Carbon hergestellt. Er ist super stabil, tastsensibel und so leicht, das ist der Hammer. Der Griff ist ergonomisch geformt und je nachdem wie die Griffposition ist, also ob ich jetzt weit hinten oder etwas weiter vorgehe, verändert sich natürlich auch die Ergonomie. Der Ergonomisch geschwungene Griff, bei dem man auswählen muss, ob man Rechts- oder Linkshänder ist, ich hoffe man sieht es hier ein bisschen, ist super für das Handgelenk. Gerade wenn man weiterläuft, man hat durch verschiedenes Positionieren verschiedene Handgelenkspositionen, ich hoffe man sieht es ein kleines bisschen zumindest, was natürlich je nachdem wie ich den Langstock greife, gerade bei langem Gehen sehr sehr entlastend ist. Nun, das in Kombination natürlich durch diese enorme Leichtigkeit, die der Stock hat, absolut stark ist. Also wirklich überlegen, lauft ihr nur mit der rechten Hand, lauft ihr nur mit der linken Hand, ihr könnt theoretisch auch die Hand wechseln, das ist aber nicht ganz so komfortabel. Also überlegt euch, für welche Hand ihr diesen Stock haben möchtet und ihr werdet definitiv euren Spaß damit haben. Zur Sichtbarkeit. Dieser Stock hat, wie ich hoffe, dass man auch ein bisschen sieht, hier auf den Bildern ein ziemlich grelles Gelb und ein reflektierendes Weiß. Was dazu führt, dass man den Stock im Dunkeln wie auch im Hellen ziemlich gut sieht, teilweise sogar als Seegeschädigter. Also ich finde, dass auch in der Dämmerung dieser Stock von der Sichtbarkeit her einer der Besten definitiv ist. Zum Stockgelenk. Dieses Design finde ich absolut klasse und habe es auch so noch bei keinem anderen Stock gesehen. Und zwar ist es so, wenn ihr mit einem Hindernis zusammenstoßt, kann dieses Gelenk in allen Richtungen, ich hoffe, man sieht es, abknicken. Ja, ich kann den auch drehen und das Gelenk gibt immer nach, egal wo gegen ihr stoßt. So ist der Stock an sich nicht nur nachgiebig und dadurch vor Schäden geschützt. Ich für meinen Teil finde das auch in der Handhabe ziemlich, ziemlich stark gelöst. Dieser Stock ist dreiteilig, lässt sich super leicht auf- und zusammenfalten. Dazu ist die Halterung, ist hier eine Magnethalterung, die den Stock zusammenhält, wenn er zusammengefaltet ist. Lässt sich auch ziemlich leicht lösen. Ich hatte auch diesen Beutel mit dabei, da kann man den Stock dann im zusammengefalteten Zustand reinpacken. Da ist er dann super gut aufgehoben. Es gibt im Shop auch einen Stopsel, den man auf den Deckel drauf machen, auf die Spitze drauf machen kann, um den Stock dann in den Rucksack oder sonst wohin packen zu können, ohne sich alles einzaunen zu müssen. So, zum Auf- und Zugklappen. Wenn ihr diesen Stock habt, ist es wichtig, anders als bei anderen, man muss zuerst die Seite vom Magneten lösen, dreht ihn, so dass die Kugel nach unten zeigt und das Gelenk quasi noch frei schwingt. Und dann erst kann man oben den Griff, hier fängt er schon an, wenn ich den Griff oben ein bisschen hochziehe, fängt er an und es geht etwas schwerer und dann mit ein bisschen Kraft nach oben klappen und schon ist der Stock entfaltet. Um diesen Stock zu falten, einfach mit dem Daumen hinten am Gelenk, wo der Griff sich runterfalten lässt, anfassen. Mit dem Daumen hier an die Erhöhung zum Griff hin festhalten und den Griff oben dann einfach nach unten ziehen. ist der erste Teil, dann unten das Gelenk rausziehen und nach oben klappen auf den Magnet und schon ist der Stock zusammengefalten. Also es ist ein klasse Patent. Der einzige Nachteil, den ich jetzt persönlich finde, ist, mir ist er zusammengefalten fast ein bisschen zu groß, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Bei mir ist es so, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin, packe ich den Stock oft auch in eine Tasche oder in die Hosentasche irgendwo hin und da ist er mir fast ein bisschen zu lang. Also da fällt mir gern mal aus der Tasche. Aber wenn wir im Freilauf sind, das heißt, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, ist das wirklich einer der coolsten Stöcke überhaupt. Von der Kompatibilität können hier alle Rollspitzen mit einem M8-Standardgewinde genutzt werden. Das sind unter anderem zum Beispiel kommende Rollspitzen und so weiter, was ich allerdings nicht empfehlen würde, da diese Spitzen einfach zu schwer sind und dann die komplette Stabilität bzw. das komplette Handling des I.O. White Canes massiv verändern. Die Spitzen schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Und zwar gibt es, die heißen bei White Cane Geo, bei diesen Rollspitzen, die man natürlich auch auf jeden Kommtestock und allen anderen Stöcken nutzen kann mit dem M8-Gewinde. Die haben eine Besonderheit, was vor, aber auch, finde ich, ein paar Nachteile hat. Und zwar die Geschichte, dass man diese Spitzen hier einfach abziehen kann. Und man könnte jetzt die mit einer neuen Spitze einfach tauschen, ohne sie abschrauben zu müssen. Ja, man kann, wie gesagt, die Rollspitze vorne relativ leicht abziehen. Das Problem an der Geschichte ist, wenn man irgendwo hängen bleibt, also sprich in einem Gullideckel, der Stock zum Beispiel jetzt in diesen Gullideckel reinrutscht und unten, weil die Spitze ja doch auch ein bisschen nicht rund geformt ist, sondern mehr so birnenförmig ist, jetzt bleibe ich unten in diesem Kanaldeckel hängen, ziehe den Stock raus und schon ist die Spitze weg. Das ist in diesem Fall ein Nachteil, den man einfach umgehen kann, indem man einfach immer eine Ersatzgeospitze mit dabei hat. Es gibt zwei verschiedene Rollspitzen der Geo und zwar einmal die höhere und einmal die flachere. Die hohe Rollspitze ist mit nur 32 Gramm ziemlich hoch im Vergleich zu handelsüblichen Rollspitzen absolut super leicht. Die schräge Oberseite des Rollkörpers gleitet mühelos, also die hier, gleitet mühelos über Kanten hinweg, wie zum Beispiel überhängende Treppenstufen. Damit ist die Geo hoch vielseitig einsetzbar und wird standardmäßig als Rollspitze für den weißen IO-Stock empfohlen. So, dann gibt es bei diesen Schrägen, bei den hohen Spitzen, dann Dur und Moll. Damit ist der Klang gemeint. Welche Spitze ihr habt, seht ihr wie hier abgebildet? Dann gibt es, wie gesagt, die Dur und Moll Rollspitzen-Geo. Was ist da der Unterschied? Na, relativ einfach. Der wesentliche Unterschied ist ganz einfach die Akustik, wie der Name schon sagt, Dur und Moll. Die Moll klingt ruhiger und dumpfer. Die Dur dagegen klingt heller und lebendiger. Also kann dann je nach Klangvorliebe entweder die Dur oder die Moll bevorzugt werden. So, zu den Geo-Produkteigenschaften, wie schon gesagt, diese Rollspitzen sind super leicht. Die hohe hat 32 Gramm, die flache hat 23 Gramm, was wirklich super, super leicht ist. Und sind natürlich auch vorteilhaft auf diesen IO-White-Cane abgestimmt. Aber wie gesagt, kommen auch ganz gut auf anderen Langstöcken. Diese Rollspitzen sind steckbar, wie auch schon gesagt. Also man kann die einfach nehmen und draufstecken und einfach abziehen. Ja, also sie sind super schnell wechselbar, ohne Werkzeug, ohne alles, was sekundenschnelles Austauschen der Rollspitze dann auch gewährleistet. Kompatibilität ist, wie gesagt, das M8-Gewinde, Standardgewinde, einfach eingeschraubt, wie bei anderen Langstöcken auch. Und ist deswegen auch mit anderen Langstöcken kombinierbar. Also ich kann andere Rollspitzen nehmen von anderen Firmen oder diese Geo natürlich auch an anderen Stöcken nutzen. Jetzt noch ein kleiner Zusammenschnitt des White-Cane IO, wie er sich auf verschiedenen Untergründen verhält. Wir haben hier Pflaster als erstes, das hier ist jetzt Schotter, danach kommt noch Tear. Mehr dazu kommt auf jeden Fall noch. Ich habe einen Haufen Videomaterial, so um die fünf Stunden, das ich noch verarbeite, natürlich auch in Tests mit anderen Stöcken. Hier natürlich mein Assistent, der niemals fehlen darf, der Simba, ist tatkräftig mit dabei. Hier seht ihr, ich habe den Stock an meiner Körperseite, also meine Hand an meiner Körperseite. Und der Stock ist durch die Formung des ergonomischen Griffes immer ziemlich mittig vor meinem Körper. Was man hier nochmal genauer sieht, hier greife ich hinten, durch den Schwung ist der Stock mittig. Jetzt greife ich etwas weiter unten am Griff, wo es gerade wird, da muss ich mehr mit dem Handgelenk pendeln. Mehr dazu kommt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Kommentar oder ein Like da und bis zum nächsten Mal.